Dieser schicke Ford Fiesta Trend mit fünf Türen und guter Ausstattung könnte schon bald vor ihrer Tür stehen. Herzlich Willkommen im Auto aus Wismar. Der Euro 6 Benzinmotor erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen und elektrischen Außenspiegel bieten beste Übersicht. Fünf Türen erlauben einen leichten Einstieg, besonders hinten. Hier sind die Scheiben abgedunkelt. Das sieht schick aus und lässt die Sonne draußen. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die überheizten Vordersitze bieten viel Komfort und eine gute Sitzposition. Fußmatten gibt es bei uns dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Fiesta schützt Sie rundum mit ABS, ESP, Airbags und der heizbaren Frontscheibe. Die Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum Radio gehört auch eine Bluetooth-Freisprechanlage und eine Linkradbedienung. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem schicken Ford Fiesta Trend und seiner umfangreichen Ausstattung werden Sie viel Spaß haben. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Gerne verlängerbar. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie in einfach Probe. Das Team von Wisman freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Sei es hertzers mitmachtmacht, bei uns mitmacht